Oh mein Gott, Leute, ich freue mich riesig. Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen und in meinem Briefkasten war ein kleines Tütchen. Und ich weiß auch von wem. Von Ahead. Und in diesen Tütchen befinden sich neue Produktproben und ich bin so unfassbar gespannt. Und ich werde es jetzt gemeinsam mal mit euch öffnen. Also Achtung, Spoiler-Alarm. Und ich freue mich riesig und noch ganz in Weiß verpackt die brandneuen, noch nicht erhältlichen Hazelnut Karamell Bars. Ich bin so gespannt, wie die schmecken werden und vor allem, wie auch die Verpackung dann aussehen wird. Und am Dienstag gibt es ja wieder so eine große Rabattaktion auf alle Haselnussprodukte. Und die ersten tausend Bestellungen bekommen diesen neuen Hazelnut Karamell Bar gratis mit dazu. Also bestellt am besten direkt um 18. Also bestellen lohnt sich auf jeden Fall, denn ihr könnt dann wieder 20% auf alle Haselnussprodukte bei Ahead sparen. Und es kommt ein neues Haselnussprodukt noch raus. Also das ist der Wahnsinn. Denn Dienstag ist wirklich mein Lieblingstag geworden, obwohl ich da immer Vollzeit arbeite. Und ich bin total gespannt, wie diese Haselnusskaramellkracher schmecken werden. Ich werde auf jeden Fall eine Review rausbringen und freue mich jetzt, denn ich habe jetzt auch Wochenende. Ich werde auf jeden Fall eine Review rausbringen. Ich werde auf jeden Fall sein. Und ich werde auf jeden Fall很